Ich bin wieder hier, in meinem Revier, war nie wirklich weg, hab mich nur versteckt. Ja, liebe Deutschlernende, ich bin wieder da und ich habe dir gerade ein Lied vorgesungen, beziehungsweise eine Strophe vorgesungen von dem Lied Ich bin wieder hier von Westernhagen. Ein altes, altes Lied aus dem Jahre 1998, ja, also vor 20 Jahren. Genau, und wie es im Songtext heißt, ja, ich war nie wirklich weg, mich gibt's noch. Ich möchte dieses Video nur machen, um euch allen zu sagen, hey, ich lebe und ich werde jetzt weitermachen, täglich Videos aufzunehmen. Nun, viele fragen sich bestimmt, warum? Warum habe ich eine Pause gemacht? Nun, es gab sehr viel zu tun und du kannst dich auf sehr viel freuen. Also, ich mache gerade die Webseite neu und dies und jenes, sehr viel, aber darüber rede ich nochmal im Detail in einem anderen Video. Jetzt sage ich erstmal nur, hey, hallo, wie geht's? Habt ihr mich vermisst? Also, ich höre, ein paar Leute haben mir geschrieben, ich vermisse deine Videos. Okay, ich mache weiter Videos. Und in Zukunft bekommt ihr sogar noch viel, viel bessere Sachen als diese Videos. Beziehungsweise ihr habt mehr Zugang dazu, ja, wenn die Webseite fertig ist. Dann habt ihr eine viel bessere Übersicht über alles, was ich so an Content produziere. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und vergiss nicht, die Glocke anzutippen, sodass du auch zukünftige Videos von mir erhältst. Boah, ich merke, ich bin schon ein bisschen aus der Übung, ja, fast drei Wochen. Jetzt bin ich ein bisschen aus der Übung. Ich kann nicht mehr so gut improvisieren wie früher. Okay, jetzt wieder ein Video pro Tag und dann habe ich wieder Übung. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!